und dann natürlich hin überlegen so glas kommt dann da aber überall sogar schön symmetrisch war wunderschön ist dort hier ja und hier kommt dann unser balkon unser balkon ein paar mehr fackeln können wir gut gebrauchen so kohle 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 ja hier mache ich das mal zu wenn ich genug zeugs dabei hätte ich aber nicht ach jetzt weiß ich was ich mache ich mache oben mal ein bisschen weiter warum leckt es gerade so ich renne doch gerade gar nix was ist der hat hier bescheid ich könnte ich die leiter noch oben machen weil das bringt nix scheiße ich mache jetzt ein leiter fertig aus acht drei leiter nur kommt man jetzt stimmt das haben die auch noch gepächt cool so die machen wir einfach nach wunderschönen scheiße rücken wir weg hier kommen nämlich jetzt noch fenster rein so fenster da und wir kommen und dunklen da natürlich auch und fenster ich überlege gerade wie ich das hier mache ich mir echt noch unsicher sagen da machen wir auch noch dunkles holz da damit noch fenster oder stein unten ne komm machen wir das dann nochmal gerade hier und dann die fenster schon was besser ne das regt mich auf grad machen wir das dann nochmal gerade hier naja naja ich bin mir noch recht unsicher das ist unser ganzes holz wo menschen so und da sind wir auch wieder hier ist wieder eine lederneck und ich verkomme mein intro aber das ist auch jetzt scheißegal denn es geht einfach weiter moment ich muss kurz was ich habe nämlich immer so ein bug im scheiß headset äh ein bug das ist kein bug das ist ein Feature ähm nein das wenn mein scheiß Headset ähm das hat so ein Wackelkontakt beziehungsweise ein Kabelbruch schon ich habe das nicht mal ein halbes Jahr oder ungefähr ein halbes Jahr und das ist schon so im Arsch das ist nicht mehr schön so ich hoffe das ist auch alles jetzt an so und da können wir weiter zocken ich fresse jetzt das egal ich weiß es ist Waste aber ich brauche Leben finde ich auch so ein bisschen nervig die sollten das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ändern dass wenn man auch sage ich mal ähm nicht ganz Folgen hat äh voll die Leistung hat dass man dann ganz langsam auch Leben zurück bekommt das ist nämlich ein bisschen nervig meine Mama und so ne wisst ihr Bescheid ich finde das nicht so Knorke so hier kommt dann unser Balkon hin ja den machen wir aber ein bisschen anders ich gehe mal nach unten und dann holen wir äh ach nö lass 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 ein bisschen weiter nach jemanden suchen ähm ach ne wie wie war das nochmal das Gebräu ach ich ähm da wo man die Sachen herstellen kann das will ich nämlich unbedingt mal ausprobieren ich habe das noch nie ausprobiert aber ach da das gucke ich mal kurz nach kleinen Moment so da sind wir auch wieder zurück und ach du scheiße das ist so kompliziert ich blick da gar nicht mal mehr wirklich durch ich habe mir das jetzt 2-3 Minuten angeguckt und hab gedacht äh pfff 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 gar nichts mehr wirklich gescheit mitbekommen ist auch unglaublich viel was äh das ist oder was die alles machen und so da traf ich ja alles ja nicht so wir machen dann ein bisschen größer damit wir alles auch ein bisschen besser finden mhm ja so ähm ich wollte gerade unterbrochen wegen Telefonaufruf äh pfff äh vielleicht kann ich wieder die Musik laufen lassen mhm soll ich oder soll ich nicht ich hatte die in ähm Parts dabei müsst ihr mir natürlich sagen wenn ich die weiterhin benutzen soll oder wenn nicht aber äh bisher hat da nicht wirklich einer was zugeschrieben hey äh ich find das cool und so sondern eher boah ist Musik ne so und dann machen wir wieder zu mit Fleisch so und versuchen einfach weiter Diamanten pfff pfff so ich guck mal ein bisschen hier rum da ist Lava da buddeln Wein auch mal lang ja wir kommen glaube ich nicht dran oder doch doch ok dann gehen wir da mal nicht weiter ach komm so so und da draußen mäht einer im Rasen das geht mir mal schon so ziemlich auf den Sack ach hier war ich ja schon cool boah ne das geht mir gerade richtig auf den Sack ach ach ja was wenn der gleich nicht abbaut ey da schlage ich den seinen scheiß Rasenmäher überm Kopf blöde Ding ey morgens um halb fünf jahre rassen zu mähen gibt's doch nicht fällt dem überhaupt ein ich hasse es ja überhaupt Rasen zu haben ich bin auch irgendwie richtig froh dass ich gar keinen Rasen habe weil dafür müssen wir zu viel Rasenmähen und Rasenmähen geht mir auf den Sack also richtig auf den Sack fast nichts schlimmeres als Rasenmähen wir hatten früher nämlich nur richtig große Wiese und äh da war im Sommer auf jeden Fall ja die Woche zweimal Rasenmähen weil sonst äh ist was gewuchert wie scheiße ach bin ich froh dass ich kein Rasen mehr habe hab die im Rasen habt ihr im Rasen nö so was macht man jetzt weiter hier ich suche weiter Diamanten und ich finde keine ich würde einfach weiter ach das reicht erstmal ich mach mal jetzt nur noch quer streben bumms ach die Diamantenspitzsacke die hält aber auch ziemlich lange wollte ich gerade sagen ach bist du blöd ich habe irgendwie Angst dass der Malava dahinter ist auch cool sogar richtig viel hier ey das ist ja wie im Schlaraffenland Waffenland so hier ist Dreck dann macht man Stopp und gehen in die Richtung weiter so jetzt mal hier aus klar wofür braucht man eigentlich diese Flühen scheiße braucht man doch eigentlich gar nicht außer für Pfeile und so einen scheiß wer braucht schon sowas ach ich bin glaube ich genau dran vorbei ja tatsächlich Gott sei Dank raus mir aus vorbei gut ja genau drin vorbei mhm whatever so wir machen jetzt hier weiter so ist die Musik eigentlich auch an die Musik ist aus ja kein Wunder so jetzt kommt hoffentlich mal auch Musik die die habe ich auch schon richtig lange nicht mehr gehört muss ich dazu sagen und allgemein Minecraft habe ich auch schon lange nicht mehr gezockt das ist wirklich schon zwei Monate her dass ich das auch gar nicht mehr gezockt habe über zwei Monate da sieht man ja wie viel ich so verpasst habe und aktiv gezockt habe ich es auch schon länger nicht mehr das ist schon was länger als das her als ich das wirklich gezockt hatte in der Zeit ist ja jede Menge passiert und der Nachbar geht mir wieder auf den Sack mit seinem Scheiß Rasenbeer ja man so viel Rasen gibt es doch hier nicht kann man dazu sich eins holen Rasenmäher und Rasen ach ne ist das grausam wenn man mir auf den Sack gehen will dann mit Rasenmäher eindeutig so hoffentlich ist gleich auch mal mein Video fertig hochgeladen ein Amnesia LP ich wollte nämlich gleich auch weiter Amnesia zocken ich will das nämlich endlich mal auch durchzocken und ähm ja nicht direkt mit einem Wicht durchzocken aber einfach mal durchzocken vielleicht ähm zocke ich danach auch Custom Stories ich weiß es noch nicht also ich weiß es echt noch nicht ob ich Custom Stories zocken soll die sind ja noch gruseliger die meisten und äh da kommen noch mehr Viecher und kommt noch mehr Scheiße so ist quasi äh das falsche für mich eigentlich aber naja also ich denke mal die meisten sind jetzt nicht so lange die Custom Stories dass man ähm dafür auch was nicht mehrere Stunden wirklich braucht also ich hab ein ähm ein oder zwei gesehen Custom Stories und ähm da hat es meistens immer nur so 40 Minuten gebraucht oder so also völlig im Rahmen dass man äh dass ich das dann äh let's playen kann so 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 Taschen sind fast voll da können wir gleich auch mal wieder zurück gehen ach hab ich mich erschrocken jetzt habt ihr das gehört? aber auch unschwer zu hören war so ich markiere mir das gleich mal den weg mit ein paar mehr fackeln wenn ich dann wieder den ausgang finde auch hier ist hallo du ich gerade markieren hier alles klar so kommt der jetzt nicht alles schön ausgeleuchtet scheinbar nicht wollten auf jeden fall ein paar steine nach oben nehmen lapis dazu brauchen wir nicht unbedingt ein bisschen mit nach oben nehmen diamant ja kann auch immer gut gebrauchen so und da kraft ich meine rüstung zu ende die füße noch dann sind wir eigentlich auch schon fertig und dann höre ich mal auf mit der blöden aufnahme weil der scheiß spack um mir mit dem rasenmeer auf den sack geht also jetzt ohne scheiß er geht mir gerade richtig auf den sack kann denn nicht die scheiß mit einer schere schneiden oder so oder mensch es ist dunkel das dunkel ich jetzt bern und dann habt ihr pech gehabt und ich habe keinen bock mehr auf die scheiße hier die schrauberne bin mir sauer draußen so schluss jetzt aus die maus wie gesagt abonnieren wenn ihr mehr wenden sehen wollt und daumen hoch wenn es cool findet und ich sag mal stay tuned und bis zum nächsten mal aber schüss aber schüss aber schüss